Hollywood-Star Tobey Maguire zeigt sich mit neuer Begleitung in New York City. Der 49-jährige Schauspieler wurde Arm in Arm mit dem dänischen Model Mona Tugard gesichtet. Die 22-Jährige schien den Spaziergang mit Tobey sichtlich zu genießen. In einem glamourösen Pelzmantel und lässigen Baggy-Jeans zog Mona alle Blicke auf sich. Tobey hingegen setzte auf einen entspannten Look mit Hoodie, Jeans und Sneakers. Doch die beiden waren nicht allein unterwegs. Begleitet wurden sie von Freunden, darunter Schauspielerin Sarah Gilbert. Für Fans kommt diese neue Liaison überraschend. Erst vor wenigen Monaten wurde Tobey eine Romanze mit dem Model Babette Stribus nachgesagt. Im August wurden die beiden turtelnd am Strand gesichtet und konnten die Hände kaum voneinander lassen. Nach der Trennung von Ex-Frau Jennifer Meyer im Jahr 2016 genießt Tobey offenbar sein Single-Leben in vollen Zügen. Der Spider-Man-Star wurde seitdem mehrfach mit jungen Schönheiten gesehen. Unter anderem auch mit Influencerin Lily Chi. Es scheint, als würde Tobey nichts anbrennen lassen. Ob es mit Mona Tugard etwas Ernstes ist? Oder ob er einfach nur das Leben genießt? Eins ist sicher, der Hollywood-Star sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Wir sind gespannt, welche Dame wir an seiner Seite als nächstes sehen werden.